Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihre 20-jährige Tochter wurde hier, nahe der Kleinstadt Ebbing im Bundesstaat Missouri, vor sieben Monaten vergewaltigt und ermordet. Ein Täter wurde bislang nicht ermittelt. Deshalb setzt die Mutter jetzt die Polizei so unter Druck. Noch keine Verhaftung. Ich wüsste gern warum nicht. Weil es keinen Gott gibt und die Welt trist ist und es egal ist, was wir einander antun. Ich hoffe nicht. Achtung, wer jetzt meint, es mit einem puren US-Südstaaten-Thriller zu tun zu haben, von wegen. Nichts bewegt sich hier so, wie man es erwartet. Der Film Three Billboards verblüfft permanent mit immer anderen Denk- und Handlungsrichtungen. Das macht ihn so außergewöhnlich ungewöhnlich. Zudem, wie die überragende Hauptdarstellerin Frances McDormand erläutert, kommt hier sogar Humor. Nicht zu kurz. Es ist eine sehr knifflige Sache, Humor in einer Geschichte zu finden, die auf dem Mord an einem jungen Mädchen basiert. Daran ist nichts lustig. Und auch an Mildreds Trauer ist nichts lustig. Aber sie in Situationen zu bringen, die das überspielen, ist wirklich tiefschwarzer Humor. Tatsächlich werden in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mühelos wie originell andauernd die Genre-Grenzen von Thriller, Drama, Western und schwarzer Komödie spannend überschritten. Also, Mildred Hayes, warum diese Billboards? Meine Tochter Angela wurde vor sieben Monaten ermordet. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt, Schwarze zu foltern, als echte Verbrechen aufzuklären. Was soll das denn das? Eine starke Frau in der mitreißenden Clint Eastwood, Gary Cooper, John Wayne Pöbelpose. Ein Sheriff, Woody Harrelson, der sowohl gegen sie, aber auch mit ihr fightet. Sein Assi, Sam Rockwell, ein amerikanischer Provinzrassist mit Knüppelscharme. Three Billboards ist ein Meisterwerk, das für sieben Oscars nominiert ist. Die atmosphärische Brillanz ist atemberaubend. Jede Sekunde von den 115 Minuten zählt hier ohne Unterbrechung. Unglaublich! Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet für diese sonderbare Geschichte der drei Billboards. Ein Scheiß bedeutet das, du behinderte Kuh, das ist erst der verkackte Anfang. Sende das mal in deiner guten Morgen-Missouri-Frühstücksfernsehen-Scheiße, du Miststück. Fünf Pönis für einen Spetzenfilm der Extraklasse. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein Muss-man-unbedingt-gesehen-und-erlebt-haben-Movie. Zwei weitere neue Kinofilme, die in dieser Woche anlaufen, sind Wunder, ein ans Herz gehender Wohlfühlfilm mit sehr viel Bauch für den Kopf mit Julia Roberts, Owen Wilson und dem großartigen Bengel Jacob Tremblay. Vier ein Halbpönis. Sowie Nur Gott kann mich richten. Schmutziges deutsches B-Kino angesiedelt im Unterweltmenü von Frankfurter Main mit Moritz Bleibtreu. Moritz Bleibtreu. Drei Pönis. Ausführliche Textkritiken zu diesen, aber auch zu über 4000 anderen weiteren Filmen stehen auf meiner Webseite www.pönag.de, worüber auch mein wöchentlicher Newsletter zu abonnieren ist. Und wir freuen uns weiterhin über viele Abos und Kommentare, auch gerne umgekehrt. Für die nächste Woche ist noch nicht alles gesehen, schauen wir also mal. Bis dahin. Gute Grüße. Tschüss. Geräusche Bash. Gute Grüße. Tschüss. Gute Grüße. Tschüss.